Mit Mama Chris, Kylie genießt Weihnachten ungeschminkt. Kylie Jenner, 25, zeigt ihr Unverblümtes selbst. Die Unternehmerin ist in der Regel für ihre extravaganten Looks bekannt. Schon seit ihrer Jugend schlägt das Herz der US-Amerikanerin für Make-up höher. Kein Wunder also, dass sie selbst eine Make-up-Marke gegründet hat und sich auch in Sachen Fashion stets in ausgefallenen Outfits präsentiert. Doch zu Weihnachten galt bei Kylie das Motto Weniger ist mehr, die Beauty feierte ungeschminkt und im Schlafanzug. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Mutter von zwei Kindern am Dienstag einen Schnappschuss, der vermutlich am Weihnachtsmorgen entstanden ist. Die Aufnahme zeigt Kylie gemeinsam mit ihrer Mama Christiana, 67, vor dem Christbaum, während die 67-Jährige geschminkt in die Kamera strahlt. Ist auf dem Gesicht ihrer Tochter kein bisschen Make-up zu erkennen. Kylis Fans sind davon begeistert, du siehst ungeschminkt so gut aus. Es macht dich jünger, schrieb ein User. Doch Kylie wäre nicht Kylie, wenn sie sich zum Fest der Liebe nicht auch einmal perfekt gestillt zeigen würde. Zur alljährigen Weihnachtsparty der Kardashian-Jenners hatte sie sich am Heiligabend deshalb mächtig in Schale geschmissen, inklusive roter Lippen und einer aufwendigen Frisur. Das Highlight des Auftritts, Kylie und Töchterchen Stormi, 4, traten im Partnerlook auf.